So und willkommen zurück zu Pokémon Smart, das Log Challenge. Wir haben im letzten Part ein paar Puppe-Monten angefangen. Nämlich Wurmi und Dick Duck. Und ich werde jetzt erst mal meine Takten sortieren. Ähm... Glut kommt nach oben. Dann kommt Kratzer. Und Neki-Fokus, yo. Passt doch. Ich glaube, bevor der nächste Part ist, werde ich jetzt mal meine Pokémon trainieren. Also, Dick Duck und Wurmi. Und die ein bisschen bekämpfen können. Jetzt gehen wir mal in den Markt. Mal gucken, was da Schnelles gibt. Willkommen. Ähm... Gib mir mal... Schutz. Komm mal mal... Nein, erst mal. Ein Fahrzeug kann man auch mal brauchen. Ähm... Ein paar Poké-Bälle. Kommt gut gleich... Sieben. Haben wir zehn voll. Wir lassen uns erst mal auf. Gibt's noch etwas für das... Etwas, was du willst verkaufen? Etwas? Ah, haben wir sechs. Und dann kann ich das Pokémon geben. Bieren... äh... Vergiftung... ...und dann kann ich das Pokémon geben. Ja... ...und dann kann ich das Pokémon geben. Ja... Ja... Wir laufen! Guck mal, was hier alles ist. Pfff... Norman ist unser neuer Arenaleiter. Ich glaube, er und unsere Familie kommen von weit her. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wo war der stark? Soll ich das sagen? Ich habe den Eindruck erlebt für deinen Pokémon. Was ist sein Pokémon? Wer weiß? Ah... Willkonferenz. Vorhin ist unser Heiko nur gegangen. Wir müssen doch bald nach Fiesenfuhr aufweichen. Ah... Es war so schön, dass... ...angest du Spiegelseck im Wasser? Eigentlich war das vielleicht eine Hoffnung. Oder es ist ein Aus... ...bist zu der Stelle... ...in der dir Angst naht. Was siehst du in deinem Spiegelbild? Ähm... Ich sehe Wasser. Können wir schon in die Arena rein hier? Hallo, Vater. Na, wenn das nicht Vibe ist! Dann habt ihr also den Umzug beendet! Ich bin überrascht, dass du ganz unendlich hier gefunden hast. Oh, so ist das! Du hast einen Pokémon! Du bist in Pokémon-Begleitung! Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstabsweise hertreten. Vibe! Das ist eine großartige Aussicht! Ich kann das Kram erwarten! Wirst du? Äh... Ich hätte so gern ein Pokémon! Bitte! Wie? Ach du bist... Ach... Ach... Du... Ach gut! Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten... Au! Ich werde meine Verwandten in... Wir sind zur Besuchten! Ich glaube, ich werde... ...mich dann noch einsam fühlen! Da würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen! Aber ich habe noch nie alles gefangen! Ich weiß nicht, wie das geht! Äh... Okay, ich verstehe! Vibe, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, einen Pokémon zu fangen! Heiko, hier! Ich schlage dir mein Pokémon! Ich habe einen Tick-Tack erhalten! Oh, wow! Ein Pokémon! Ich gebe dir auch diese Pokémon! Dann legt los! Heiko hält einen Pokémon! Oh, wow! Dankeschön! Vibe, kannst du wirklich mit dir... Mit... Ach! Vibe, kannst du wirklich mit mir? Ehh... Wenn sein muss! Es hat mir irgendwann ein Pokémon fängt... Weib... Pokémon verstecken sich im hohen Gras... ...und dieses hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange! ...und nicht die Töde auch sehen! Woooooahhh! Ey, das wollte ich schon haben, Mann. Mach's noch. Ja. Los, zigzags. Hm, es gibt jetzt Teckel. Schnell. Hm. Noch ein Teckel. Hm, was jetzt? Äh, komm zurück. Du musst mal einen Ball werfen, oder nicht? Ich werde mein Bestes geben. Geben. Heute. Äh, Trank, nee. Pokéball, ja. Okay. Eiko setzt Pokéball ein, ja. Bleib drin, du Scheiße. Ja, krass, da wurde gefangen, toll. Ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Beib, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Oh, das klappt? Danke, ja wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Beib, dass du mit mir gegangen bist. Mit beiden habe ich jetzt zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon gefangen habe. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Ich muss dich verhungern lassen. Oh, meine Mama wartet schon. Ich muss meine Windeln wechseln. Bis bald, Beib. Nun, komisch, Junge, nicht wahr? Weil, wenn du ein guter Trainer werden willst, bist du guter Rat. Geh nach Mederoth City, gleich in der letzten Mord. Was sollst du, die Arena-Leiterin? Glizia, verfeuern. Du kannst danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Anwalt die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ich bin natürlich auch eine Arena-Leiter, die während des Tages gehen und antreten. Aber jetzt haben wir noch keinen Bock auf dich. Okay. Dann gehen wir weiter. Moment. Hey, Duda. Entschuldige, bitte. Lass mich raten. Deine Kleidung verredet mir, dass du ein Trainer bist, Mann. Hab ich recht? Jetzt sind wir weiter. Und vielleicht auch deine Kleidung ist noch relativ sauber. Du bist also kein Weed. Schade. In mir bist du gerade erst Trainer geworden. Du bist einfach ganz normales Kind. Ich reise durch das Land. Auf der Suche nach talentierten Dealern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Oh, schicke. Das ist halt... Heikos Haus. Ach. Ich weiß nicht, was da drin abgeht. Ach, du bist bestimmt weiblich, danke, dass du dich um Heiko kümmert hast. Du warst schon als Heiko immer zahen und dumm. Hab ihn für eine Reise zum Verwandten noch ein bisschen vorgeschickt. Läuft es dort viel Samura als hier. Was heißt das? Wo ist Heiko? Er ist vor Ort, unser Heiko? Ich frage mich, ob er es gut sein mag. Oder seine Wendeln. Ich frage mich, ob er wirklich glücklich war, als der Hund erzählte, dass wir ein Pokémon gefangen haben. Ich habe ihn von seinen Ewigkeiten gerade glücklich erlebt. Ich frage mich. Ich gehe jetzt erst mal. Rute Rune 4, wir können ja was fangen. Und unser Ruten-Pokémon ist... Ui. Ein Pfiffchen. Das ist sogar ein Pokémon, das ich gerne nehme. Das ist ein Pokémon. Es bedroht seine Feinde mit gefletschten... gefletschten Zähnen. Fliehend... fliehenden Gegnern hättest es nach. Fifirn macht auf der Stelle kehrt, wenn der Gegner zurückschlägt. Ich möchte Fifirn einen spitzen Namen geben. Klar. Wir nennen dich... ähm... ähm... von... ...ein Leerzeichen... ...ein Leerzeichen... ...ehm... ...pfff... ...boah... ...tssss... ...das wird... du möchtest jetzt nicht verstehen, das ist eher ein Insider. Okay... Ich möchte mal... ... eine kleine Auswahl in unserem Team. So, willst du jetzt hier? Bevor du ein Pokémon wirst... ...schweckes Pokémon erst... ...lust dir Sherlock... ...sie was am Strand... Oh nein, ich bin kein Trainer! Bestimmt schon, wenn Trainer dich... ...sich in die Augen schauen... ...dass er eine grauze aus dem Kamm... ...und zu nicht kämpfen... ...gleich ihren Blicken aus... Okay... Oh nein, kein Trainer scheiße, ist er weg! Obwohl... Willst du sterben? Also, bleib hier... ...bleib hier, Mann! Bleib 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 hier, Mann! Oh... ...und die Spuren in den Sand sind zu lassen... ...ist total lustig! Hehehehe! Topleel! Ah ja... ...brich so leben... ...dann ist das Topleel... ...dann ist das Topleel... ...und die Erweilerin... ...und Pullen! ...ab Ich sag's, lass's wohl nicht mal, oder wat? Ähm... Kann ich hier schon rein? Naja, ach ja, da... ÄH! Ich muss jetzt holen, würde ich sagen. Ich lass auch nichts für mich. Oh, Bäume! Das sind Wildbjörn! Und zwei... Pirsichsperren! Oh, da kommt... Och, was ist jetzt von mir? Ich steck so an und so geführt, aber wie um einen Kampf bitte! Nein! Lass mich durch, man! 1-6-6, go! Los, Brudemond! Glute! Gute kill! Nicht nötig gegessen wir! Oh, meine Güte! Hallo, ist der Anfang von... Leb wohl! Ich brauch schwöse in den Spiele! Wahrscheinlich ist es mir nicht! Und das ist schon eine nächste Route! Ich hab mir jetzt hier mal ein Pokémon! Und das ist... Es ist... Es ist... Ah... Panikon! Okay... Hältst so ein Kratzer aus? Okay... Nur hier durch die Idee... Wohl... Blössich so drin oder? Katscha! Bip, drin! Please! Okay, jetzt hast du aber noch einen Kratzer aushalten! Pff, ja, okay. So, jetzt lass' aber drin. Sonst bricht ich um. Flick und Sieg! Was zum... Mein Gott! Wie viel hältst du fucking aus? Bleib gefällig drin! Oh mein Gott! Weißt du was? Wie ist jetzt drin, bleibst du dich überwiegen? Ist mir egal, wenn ich noch weniger habe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist doch nicht in den Ernst, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist qualvoll! Tja, kein neuen Pokémon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe eine Mega-Pokémon angefangen! Los, los, los! Mein Pokémon-Team! Mein Pokémon-Team, ja! Na gut, Deadman. Dann zeig mal, was du kannst. Du hast keine Chance gegen meinen Gluten! Du hast keine Chance gegen meinen Gluten! Ähöhö! Rumpel! Nein, ich möchte nicht wechseln! Für dich! Blut. Warum machst du eigentlich immer Quits, wenn's nicht notwendig wäre? Wardo! Was war das eigentlich? Hä? Wir kennen sie immer. Kannst du was Neues? Ja... Ähm, lass mich geraten. Dann füge ich vom Moines Augenbrempe. Pfff! Oh, der Leeeeeeg! Noch ein Wuppel! Hätte ich's nicht geahnt! Oh, ein Zuversauer geblutetes! So, ich würd sagen, das war's noch langsam wieder für den Part. Ich geh jetzt noch kurz zum Pokémon Center. Ich teile mein... Bördurchchen. Aber wir gehen auch so rum. Ach ja... Und dann... ... werde ich im nächsten... Bevor der nächste Part läuft... ... erstmal meine Pokémon trainieren. Ich werd euch in die Beschreibung packen. Da könnt ihr dann... ...zusehen, wie ich trainiere. Und dass mir nachher einer vorwürst... ...ja, du hast bestimmt geschehen, dass du den Pokémon gestorben und so... ...ne, ne, das wollen wir ja nicht. Also, ich werd's aufzeichnen und dann... ... in die Beschreibung packen. So, dann... ... war's was für den Part. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.